Janett wurde die Krone aufgesetzt, die einst Live-Krone für die beste Künstlerin 2002. Bei 420.000 Votern hat sie sich unter anderem gegen Sarah Connor durchgesetzt. Dafür verliert sie drei Plätze in den Chart zu Rock My Life auf der 10. Zurzeit tourt Panja BMC noch durch Indien und Pakistan, aber bald will er auch in Europa spielen und dann natürlich auch in Deutschland. Der Bangra-Star sollte sich beeilen, Mundian Tubachke stürzt von der 2 auf die 9. Dass ein Mann Jennifer Lopez hörig werden kann, hört sich ganz logisch an. Bei Ben Affleck ist es inzwischen allerdings so schlimm, dass sich seine Freunde Sorgen um ihn machen. Jenny from the Block geht rauf auf die 8. Ozzy Osbourne ist Opa geworden, allerdings nicht durch seine Kelly, nein, die hat immer so'n Bäuchlein, sondern durch seine Tochter aus erster Ehe, der 31-jährigen Jessica. Stolz verzieht sich Dreamer von der 6 auf die 7. Alles wartet auf eine Nachfolge-Single zum Ketchup-Song und was machen die Töchter der Tomate? Da kehren die Tomate zu einer Christbaumkugel um und bringen das Ganze als Christmas-Version raus. Das Original fällt beleidigt auf die 6. Gegen Jeannette konnte sich Sarah Connor bei der Verleihung der 1-Live-Krone zwar nicht durchsetzen, aber bei ihrer Live-Show stand Sarah ihrer Konkurrentin in nichts nach. Ihr Bühneneinsatz wird in den Charts belohnt. Skin on Skin steigt von der 10 auf die 5. Ohne Fans kann Robbie Williams nicht mehr leben. Ich brauche den Beifall. Nehmt ihr mir das weg, bin ich in kürzester Zeit ein Wrack, sagt er. Scheint, dass sich Robbie keine Sorgen machen muss. Seine Anhänger jubeln. Viel von der 0 auf die 4. Ganze 6 Billboard Awards hat Nelly nach der diesjährigen Verleihung in Las Vegas nach Hause karren müssen. Vermutlich in einem Kleintransporter. Jetzt braucht er einen neuen Kamin-Sims und Dilemma, ein bisschen Erholung auf der 3. Nicht ganz ungeschoren davon kam bei den Billboard Awards auch Eminem. Seine Eminem-Show wurde zum besten Album gekürt. Kein Wunder bei all den Hit-Singles. Jetzt startet er auch mit dem 8-Miles-Soundtrack. Use Yourself neu drin auf der 2. Das ist ja wohl mal der Hammer, Leute. Kaum braucht man von euch mal ein bisschen Kies für Vaterstadt, schon ist man beliebt wie Fußpilz. Dabei will ich nur euer Bestes, euer Geld. Und du die Wester, wenn zum Beispiel mal die Arbeitslosen was abdrücken. Gibt doch so viele von denen. He same.